Fische Memes aus Bibis Bank, äh, b-b-b-b-b-b-b-b, ganz genau. Raus geht der Kuss. Mhh. Ach so. Super, Kylo. Jetzt verstehe ich das erst. Von Cap Me auf dein Herz. Dankeschön, Bro. Okay, gell. Der hat sich auf diese App runtergeladen. Anna, 21, lol. Kuss. Dankeschön. Junge. Oh, oh. Was ist das für ein Ansatz, Bro? Ja, das ist aber wirklich, also, das ist absolut nicht stabil, diese Frisur. Er hat gar keinen Bock. Hugo, danke für die 1350 Bits. Dankeschön, Bro. Kuss, kuss, kuss. Und jetzt mehr Gamer. Dankeschön für den Zapf. Ja, warum? Warum? Ja, das Auto ist zu... Der Bré verreckt erstmal auf ganzes Spann. Jenny, danke für den Film. Mit so viel Refi weiß ich gar nicht, wie ich da umgehen soll. Freue mich mega. Dankeschön. Kuss geht raus. Danke. Leichte Beute. Alter, schon die Kette. Das heißt, ich bin mir gesehen, wie ich mit Schüttel. Ich bin mir gesehen, wie ich mit Schüttel bin. Wer zieht der Legende nach das Schwert Excalibur aus einem Stein? Günther. Ja, das ist richtig. Günther. Was? Kuss, dankeschön für die 500 Bits. Kuss, 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 kuss. Morgen, morgen. Du brauchst tatsächlich ganz dringend einen Abschluss, Girl. Ich lasse mich nicht impfen, weil es mir zu lange dauert. Aber jedes Wochenende vom Club Schlange... Ich lasse mich nicht. Immer mit dem Kopf durch jemand. Äh, Jenny? Normal? Mit Gabel? Passo, kurz geht raus. Dankeschön. Carsten Stahl ist so sauer, warum? Junge, sagst du mir kurz, wo die nächste Bushaltestelle ist? Was? Wo die nächste Bushaltestelle ist? Nein, nein, danke, nein. Nein, wo die nächste Bushaltestelle ist? Ja, ja, ja. Der Stünde, der ist die Fensionsspender. Ja, auf den Fack. Ja, was? Tja, endlich macht wieder Stimmung in der Bude hier. Das hat man nicht oft. Wer trat 1999 zurück und überließ Wladimir Putin die Macht? Wladimir Putin. Wladimir Putin. Genau der. Ein Zauberer kommt nie zu spät, Frodo Beutlin. Ebenso wenig zu früh. Er trifft genau dann ein, wann er es beabsichtigt. Was? 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 Was geht ab, Frankie? Jetzt bin ich in Italien und jetzt bin ich in Österreich. Jetzt bin ich in den Scheißhaus, jetzt bin ich in Gang. Jetzt bin ich in den Scheißhaus, jetzt bin ich in Gang. Okay. Junge, 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 Junge. Der Scheitan ist vom Fahrrad gefallen, so sieht es aus. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal.